Ihr habt mir Luca eure Clips zukommen lassen, das heißt wir drehen heute mal wieder eine Versuche nicht zu lachen Challenge Moin Sehr gute So Leute Ich stoppe das ganze mal, wie ihr seht reagiere ich heute auf einmal lachen ist gleich ein Ausraster von Ello Tricks Vom guten lieben Sascha Dann würde ich sagen wir gucken jetzt einfach rein Nicht lachen, dasselbe gilt auch für euch daheim Das war ja unlustig sein Vater Ich würde sagen fangen direkt an mit den ersten Clips Let's go Ja wer mir gegenüber sitzt, muss ich glaube ich gar nicht erklären, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle Das ist Bushido Toxic, schön dass du Im Kaffee wird abgerächtet Lecker Toxic Nein Scheiße Ich bin rot beim singen treffe ich kein Ton Walzenclown 6,5,4, du Hurensohn Memo mit 5 Ohren Memo mit 5 Ohren Memo mit 5 Ohren Memo, du ja Grüße gehen auch raus an Ello Tricks Was wir erzählen nicht? Da muss ich schon sagen Der erste Clip war Der war, der war in Ordnung Die anderen Karten Ah ja, by the way Ich lade mich gerade Hyperscape runter Ich weiß jetzt nicht, ob was das sein soll Dass man jetzt mit Google Übersetzer immer Reime schiebt War anders, nice Aber okay War in Ordnung bis jetzt, würde ich sagen Gib einem Menschen einen Fisch Und er hat einen Tag zu essen Gib einem Fisch eine Angel Und er hat unendlich lange was zu essen Fünftausend die KuBitches RIP an der Stelle an alle Headphone-User Danke Vincent macht bessere Werbung für diesen Karten Ohne Witz, ich sag nie abonniert und so'n Scheiße Abonniert einfach, dann tut mir einen Gefallen Das ist bei uns auch für sich an no fucking joke, Digga Ups Prüge ich den Abonnier-Button mal kaum Was? Hat nichts damit zu tun, dass ich abgehoben bin oder so Das ist ja Meuterei hier Antworten nicht auf Insta DMs, außer du hast Doppel-D, Digga. Das ist Insto. Werte Seiten. Oha. Ich bin ein Mensch. Rosen sind rot. Mein Boot hat ein Leck. So ein Kilomets geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Oh mein Gott, Charlie. Wenn deine Oma Alzheimer hat und sie zum vierten Mal nach Fassentil fragt. Das wäre so ehrenlos, wenn das jemand von euch facht. Ich war da nicht wie ein Idiot mit 270 kmh über die Autobahn. Das heißt, im Umkehrschluss. Ach, Digga. Montemeter mit einem Lamborghini. Kuss geht raus, Marcel. Übrigens, auch danke für die ganzen Gedichte heute. Ich weiß nicht, wer sich da hingesetzt hat. Und die ganze Zeit mit dem Google-Übersetzer irgendwelche Gedichte sich überlegt hat. Trotzdem danke an der Stelle. Ich habe wenige peinliche Momente. Ist das eine Socke? Du heut Nachtrein sklare sein. Gehörst du mir heut ganz allein. Mindestabstand und Blasebedeckung. Stopp mal kurz. Die Leute. Die Momente. Du heut. Die Leute, die schon ein bisschen etwas älter sind, wissen, was das ist. Nach dein Sklave sein. Gehörst du mir heut ganz allein. Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckung sind für Urlauber an Bulgariens Goldstrand ganz offensichtlich Fremdwörter. Ich, äh, desinfiziere mich von innen. Warum? Wegen dem Alkohol und, äh, deswegen ist alles gut. Was wirst du am meisten vermissen im Camp? Definitiv die ganze Crew. Ich bin doll bin. Meine Sinne. Sinne. Ich bin noch nicht hier. Free Jens. Kinders, Foto machen. What? Eine Million? Nee. Tau, tau, tau. Ich bin reich. Dicke Grüße gehen aber an der Stelle noch raus an Arthur, Urlauber aus Schüttdorf, der sich einfach gegen Corona wehrt, indem er einfach hochprozentigen Alkohol trinkt. Beste Schutzmaßnahme. Und natürlich noch liebe Grüße an Antonia, ähm. Ebenfalls. So, heute Nacht, nein, Sklare, sagst du mir. Ähm. Moment, haben die gerade Halbwass geht runter. Alter. What? Oh, left-handed. Wir waren super Wochenende, kannst du mit meiner Arbeitskollegin Fixi grüßen. Fixi Hartmann, ganz liebe Grüße. Rosen sind rot. Hahahaha, wie? Wie ist es, wenn ich gecheckt habe? Wir waren super Wochenende, kannst du mit meiner Arbeitskollegin Fixi grüßen. Fixi Hartmann, ganz liebe Grüße. Rosen sind rot, wie lang geht noch die Pandemie? 100 Jahre Garantiii. Oh my God, your ass is so huge. Ich kenn den Jukau, der Kammerkann. What's up, how are you? I'm really good. Wait, are you a girl? Schau mal kurz, äh, diese Frau hier unten, wo banks.mkv steht, da ist, by the way, ein Mann. Der ist ein YouTuber und der macht halt so Omegle-Videos, wo er Leute trollen, als wäre eine Frau. Das ist immer ganz funny. Of course I am, what the hell. Oh yeah, 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 no, yeah. Oh fuck, what the fuck? Oh my God. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Scheiße, Digga. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Der letzte Clip war gerade zu viel. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Airbruder was. Er spricht mir. Verdammt aus der Seele. Wieder Clips für dieses Format an dieser E-Mail-Adresse hier. Kuss geht wie immer raus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Meine Freundin ist sauer, wenn ich ihre Memo nicht anhöre. In die Fresse, ich schwöre. So Leute, das war's für mich. Aber, äh, ja komm, Sascha hat's schon gesagt. Unsympathisch, TV. Kuss geht raus an dich, mein Junge. Und auf jeden Fall würde ich das Video jetzt an der Stelle beenden. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, wo ich auf irgendwas von unsympathisch, war das TV-Reactor. Ja, sorry, wegen Aufnahmequalität. Ich hatte gerade kein Mikrofon dabei. Und tschüss.